Hi zusammen, heute eine Kurzbotschaft vom Universum für die Woche vom 10. Juli bis 16. Juli 2023. Liebes Universum, bitte gib mir Botschaften, was auf uns zukommt. Dies ist eine allgemeine Legung. Bitte denkt daran, dass es sein kann, dass ihr nicht vollständig in Resonanz geht. Als Hauptthema liegt der Herzensmensch. Er macht sich Sorgen ohne Grund und erhält die Möglichkeit, etwas in seinem Leben zu ändern. Mit einer mütterlichen Frau und mit der Fürsorge ein positiver Wandel Bei einem Neuanfang mit den Kindern Die weiteren Tendenzen für Verzögerungen bei amtlichen Angelegenheiten Kündigt ein Glücksbote persönliches Glück an Alles Liebe, eure Sonny Mua! Mua!